Das sieht reinladend aus... ...nach allem, was ich hier sehen kann, durch die Wände. Wo sind sie hin? Weg, weg, weg! Keiner da! Aha! Hohohoho! Etch! Reingefallen! Der Zugschlüssel für den Orkusexpress ist hier! Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch dieses Item einfach so überlasse! Ja, sie spricht doch so aus! Das passt doch überhaupt nicht rein, jaja! Aber jetzt muss ich wirklich los! Vergesst mich nicht! Bist du! Wo ist der Schlüssel? Seufzt! Ähm... Ja? Seriously? Seriously! Das war's zu schwer, oder? Jetzt bist du am Zug! Ah! Und gleich bist du im Zug! Mhm! Mhm! Machst du nicht hier, wo ich denn reinstecke? Ein Moment des Denkens! Nehme ich dem meisten ein! Hehe! Es macht aber keinen Sinn, gegen die Wand zu fahren! Mir egal! Ich bin langer! Gut! Wieso hab ich nen Zellschlüssel eigentlich noch? Du legst nie Wasser weg! Du bist doch kein Messie! Eserchen, kannst du nicht fahren! Und ich hab gef... Und dann... Ich hab gefragt, ob das einen Unterschied macht! Ich hab dir gesagt, es macht keinen Sinn, gegen die Wand zu fahren! Mein Auto hat auch nen Rückwärtsgang, warum hat der Zug da keinen? Nein! Dafür hat er den anderen Vorwärtsgang! Vego schlägt den Zuglüssel ins Los und dreht ihn! Jetzt bist du schuld! Naja... Ui! Einmal in den Türbebahn! Unglaublich safe! Vor allem, weil die eigentlich gar nicht landen dürfte! Na doch! Die schalten ja wie die Magneten aus! Sind Elektromagneten! Ja, gut! Trotz... Hallo! Trotz... Und tschüss! Okay! Du hast nicht wirklich erwartet, dass es da weitergeht! Äh, doch! Ich schätze die Leute für so blöd ein! Red mal mit denen! Sie wollen nicht kämpfen, das merke ich! Das sehe ich an ihren Augen, die ich nicht sehen kann! Hallo! Ey, endlich! Na nun, heute sollte doch Madame Venus mitfahren, oder? Aber... Aber... Ihr seid doch Vego und Snow! Wie seid ihr nur hierher gekommen? Was für ein... Das kann ich nicht so lassen! Dass ihr das korrupte Pokémon Labor betretet! Sagen sie und hindern uns dran, indem sie flüchten! Okay! Sie hindern uns doch dran! Indem sie die Tür öffnen! Weißt du nicht erstmal nach rechts gehen? Ja! Ja! Ja, klar, dass du das tust! Du hast das Item gesehen, ne? Mhm! Okay, von vorne! Ja! So, hilfreich! Uh! Das heißt, ich kann das UFO jetzt auch aufwärtsfahren, oder wie? Ja! So! Diese arme Tür! Dann gehen wir doch mal durch diese praktischerweise vollständig geöffnete Tür! Du hast nicht wirklich erwartet, dass sie die Tür öffnen, oder? Ha! Seht ihr? So könnt ihr uns wohl kaum folgen! Sag mal, war es nicht ganz leicht überdosiert! Ist doch sowieso zu spät! Los, nicht verschwinden! Ich glaube nicht überdosiert genug, weil... Das ist nur den Eindruck, aber als kämen wir hier rüber auf. Nein. Da blinkt was. Ein Torauschlüssel. Du Tor. Ich find's übrigens schön, dass der Türflügel beim Rausgehen nicht da ist. Ach, ist doch egal. Ich nehme an, das Tor ist am anderen Ende der Zugreise, hm? Das ist der einzige Ort, wo du jetzt hinkommst. Eben. Aber die Musik ist schön. Find ich nicht. Wieso kann man die Schleswig-Holfe nicht automatisch einsetzen, nachdem man es nicht erst mal gewonnen hat? In anderen Spielen gäst du auch. Es ist Pokémon Colosseum. Ja, sollte eigentlich... Irgendwas als Pokémon ist in der Lage sein, sowas hinzubekommen. Es ist Pokémon Colosseum. Ja, und? Ja, da muss ich nichts zu erklären. Das musst du einfach jetzt so verstehen. Mhm. Du kannst erst noch fragen, wenn du keine Ahnung hast. Die reden nicht mit mir. Nicht seit dem Vorfall. Lass uns Kännerkriegen! Oh, Treppenlaufen. Ich liebe es. Kann ich den Aufzug nicht verwenden inzwischen? Versuch's doch einfach. Ich kann. Offenbar. Das macht's total einfacher. Hoi! Kaputt. So, hab ich hier irgendwo ein verschlossenes Tor. Nein, nein. Nicht darunter. Ich nehme an, oben kann sein. Ansonsten war ich hier schon drin. Gab nicht. Dann wird es mal Zeit. Pilze. Mach du mal. Da gibt es nichts zu erzählen, das ist ein Händler mit dem... Ih, den kondisiere ich nicht. Ach, gut. Vital Kraut, so teuer. Sagen wir so, es ist billiger als die richtige Medizin, so gesehen. Aber eben, deine Vorkommen können dich ja nach echt nicht mehr leiden. Echt? Das ganze Zeug ist unglaublich bitter. Energiestaub, okay. Ja, gut, ich mein, äh... Einfach, einfach, einfach zerriebenes Kupfer, Energiestaub. Ja, Rückkehr habe ich ja nicht. Was machst denn du hier? Du hast aber, ähm, zu... Nee, aber du sagst... Klar hast du Rückkehr. Nee. Urst und Kreuz erwirken mit Pokémon ganz toll, aber leider schmecken sie nicht so gut. Ich selbst habe so etwas zwar noch nie genommen, aber es muss unglaublich bitter sein. Das sind dicke Abschopfer. Wo sind deine Säne? Jan-Prothese. Jan-Prothese. Ja. Prothese. Prothese. Meine Jan-Prothese. Der... Kerle. Mhm. Wie ist er nochmal? Ähm, weiß ich nicht. Erinnert mich so ein bisschen an den, ähm, Safari-Zonen-Werter aus Feuerrot, Blattgrün. Ach, überhaupt nicht. Ufo-Disc, so, nach oben wollen wir ja. Ups, ja. So, irgendein unverständlicher Müll und das Einzige, was man lieben kann, ist am Ende Hafahi-Fohne. Kussbuben, bitte, Ufo, treten. Hafahi-Fohne. Da geht einfach so im Kopf. Hui, aufwärts. Hui, aufwärts. So gewagt. Warte, hier war ich noch nie. Sollte ich mich wundern, warum... ...von Orkus aus ein Direktexpress hier hoch in das Windrad geht. Eine Zeitflöte. Ist das nicht dieselbe, die es nur einmal gibt? Hm, da weißt du. Die ich schon eingesetzt habe, für was war das nochmal? Oh, was bedauungslos ist. Ich glaube, es gab irgendwo noch ein verschlossenes Tor. Das weiß ich, äh, wo weiß ich nicht. Egal. Weiß noch nicht jeder, ich bin da noch nie hochgeflogen, muss ich ehrlich sagen. Down, 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 ja, ja. Down, down. Na, okay. Ach, genug Spongebob für heute. Du wirst, das habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, aber okay. Ähm. So. Bogen noch wohl nicht lang, nach vorne und nach rechts. Hm, schwierig. Beziehungsweise war das überhaupt hier? Doch, war rechts, ne? Ich glaube, irgendwo in dem Studio müsste das doch gewesen sein. Ja, also, was für ein, was für ein, ähm, Schlüssel hast du denn gekriegt? Den, Tor-Schlüssel? Tor. Äh, das Labor. Also, das riecht hier, letztendlich im Labor. Das, was du schon gefunden hast, in der Wüste. Ja. Fahr gerade, fahr nach vorne, das ist schon richtig. Ja, ich fahr auch nach rechts. Achso, ja. Okay, dann fahr ich halt nicht im Ende an. Doch, kannst du noch, oder? Nee, kann ich nicht mehr, habe ich doch eigentlich versucht. Ist das nicht toll? Mhm. So, benutzerfreundlich, dieses System. Ja. Nun ja. Kandale. Und auch nicht. Geht ja gar nicht. Leider. So, das war noch. So geht's natürlich auch, ja. Glaube ich hier. Ja. Dein Aufzug hoch. Auf dem Fersenabstas umdrehen und nach vorne gucken. Ja, wie immer das Bandplanzen so macht. Naja, du kennst dich aus. Tue ich, ja. So, nicht nach Orkos. Auch nicht so rauschle, sondern da hin. Hey. Es flackert. War's das denn, oder war's das nicht? Weiß ich nicht. Mich wundert es nur, dass wir für so ein Hightech-Ding einen Schlüssel brauchen. Nicht vielleicht eine Keycard oder sowas. Da ist ein Schlüssel auch. Okay. Okay. Torschlüssel. Bego, lässt den Torschlüssel ein. Er dreht ihn nicht rum. Mhm. Sicher. Sicherheitsgebiet. Da musst du mir den Schlüssel nur einsetzen. Umdrehen wäre ja Standard. Naja. Du kannst Snow nicht beraten, so sehr du es auch willst. Es gehen wir jetzt nur darum, ob hier vielleicht doch irgendwas innen noch ist. Hier so zum Beispiel, das wäre ein schönes Versteck. Ha. Ha. Ich hätte es ja von außen aber schon sehen können. Hab ich wahrscheinlich auch, als ich da das letzte Mal rumgerannt bin. Ich brauche alle. Okay. Mich stört die Tatsache, dass ich ab hier jetzt gerade das nicht mehr kenne. Okay. Ich nehme auf meinen Nebeneingang. Weil ich immer den Nebeneingang nehme. Das ist ein elektronischer Aschenbecher. Hm, nö. So. Ganz viele Farben. Alles Arcade-Spiele. Hier, für sehr schade. Bisschen mit Tating, okay. Ein einarmiger Bandit. Nächsten Schalter. Arcade-Altz. Seriously. Seriously. Der hat Sicherheit. Genau der eine Kasten, wo kein Schalter davor ist, einfach. Stuhl. Da ist ja ein Schlüssel noch. Bei einem Checkkartenleser. Also bei so einem Kartenlesegerät. Ja. Carlo. Soziere. Mhm. Weil Einbrecher verhört das nämlich. Die fälschen sich Karten, dann klappt das nicht. Was bist du? Nichts. Carsten. Geht's hier noch irgendwie weiter? Was macht dieser Bereich hier für'n Sinn? Er ist hübsch. Naja. Wer baut denn sowas? Dieser Kerl, ja. Es ist immer dasselbe. Die Drecksabelle wird immer an mir hängen. Habe ich wirklich noch genug anders zu tun, wenn wir das Labor räumen? Das war wie, wer seid ihr. Ihr werdet vielleicht, ich wette, ihr seid eingedrängende. Wir kämpfen auf Distanz. Forscher Lebon. Mit seiner echt verspiegelten Sicherheitsbrille. Ist es interessant, dass der Rückwärts auch Nobel heißt? Ja. Das ist immer so. Oh mein Gott, rollt vorbei, rollt vorbei. Die Lebon Manficker bestimmt ganz viele Rechtehände machen. Weil sie auch Rechtehände können, weil sie auch Rechtehände haben. Ja, er hat jetzt einfach... Nein, das bringe ich nicht. Das kann ich einfach nicht bringen. Mach mal. Nein. Denk's dir einfach. Ich weiß es schon. Du sollst es trotzdem aussprechen. Du sprichst selber aus, wenn du es so wenig heilen willst. Ja, Bälle. So. Gälle. Bälle. Bälle. Ja, nun. Bis. Die verhöhle ich jetzt einfach mal oder beiße rein. Genau. Ist doch lecker. So ein Happen mit Elektromüll. Äh, dreifach treten. Glaub ich. Ja, du hast keine andere Wahl, ne? Halt die schon. Aber die Wahl ist ja nicht ganz so gut. Und. Du bist schwanger. Und. Du wirst immer noch schwanger. Zwillinge. Zellige. Oh, wei. Bobb mir das viel. Hast du was gesagt? Ja. Schmächlich. Ich sollte Kapurier vielleicht mal austauschen, das wird langsam OP. So ganz langsam. Ganz ehrlich, die können immer Ultraschall. Drillinge. Nee. Okay. Besonders, weil es ein Kerl ist. Ja, das wird spaßig. Was glaubst du, was der für einen Spaß hat? Einmal getroffen, ja. Oh, was ist das nicht? Egal. Oh, ver. Stell es dir möglichst bildlich vor. Äh. Ja, ja. Ja, ja. Ja, weißt du ja. Er ist hier. Mhm. Zweimal getroffen. Warum heißt das ein Dreifachkrieg, wenn es nicht immer trifft? Hä? Na, whatever. Hast du was gesagt? Wie konnte mir das? Und so weiter und so fort. Ja, das wird euch noch leid tun. So, er flüchtet. Sie drehen den Kopf rum, kurze Pause, weil da irgendwas nicht stimmt, offenbar. Technische Probleme und so weiter. Es blinkt. Mhm. Schlüsselkarte. Ach so, was gibt es, Alter, doch. Anscheinend. Das bist du. Nee, das spricht trotzdem nur du. Hey, das war eine Schlüsselkarte. Damit können wir bestimmt ins Labor. Au. Hört mir leid. Aber du wolltest ja nicht. Ich will trotzdem hier erstmal runter. Glaube ich zumindest. Okay, Rotwegbezirk, ich will hier nicht runter. Oder vielleicht doch. Sie lässt dich nicht, aber raus. Du weißt doch jetzt, wo du bist, oder? Ich weiß jetzt, wo ich bin, jo. Ist das noch irgendwas von Interesse? Nö. Wo sind denn denn hingeraten? Bei so ganz am Rande. Ja, ich geh hoch. Der war doch schneller weg, als du mit deinem blöden Motorrad hier hingekommen bist, also... Ja, ja, ja. Ah, Motorrad ist nicht blöd. Nee. Ich bin nur nie Jahre gekommen, aber es hat immer noch gute Dienste. Tja. So. Läuft mit der Kraft der Hoffnung, weil es sich sonst auf nichts halten kann, eigentlich. Da ist ja ein Schlüsselloch. Und dieses Schlüsselloch werde ich in meine Schlüsselkarte reinstecken. Nee, gut, lass die Schlüsselkarte ein. Verwende Schlüsselkarte mit Schlüsselloch. Und das ist das Schüsselloch. Also, es ist das Schüsselloch. Ja. Ich würde das Schüssellochettel machen. Das ist die Schülschthe 아까.